Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Happy Wheels nach einer ziemlich, 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 ziemlich langen Pause auf dem Kanal PureLightLP mit mir, dem Sebastian. Genau, ich muss euch etwas sagen, ich hatte keinen Bock mehr. So sieht es aus. Ich habe jetzt meinen neuen Computer gekriegt und jetzt hoffe ich halt, dass es besser läuft, keine Lags mehr, alles flüssig und so. Ja und jetzt mache ich weiter, ich weiß nur noch nicht welches Projekt, wenn ihr eine Idee habt und ich das Spiel zufällig habe, dann schreibt es in die Kommentare, wäre nett. Und ja, so lange mache ich mit Happy Wheels weiter oder mit Battlefield 3 Multiplayer, so mal so zwischendurch mit den anderen. Ihr kennt sie ja alle. So, genug. Wir wollen jetzt hier spielen und zwar Make a Face. So, Steuerung, ähm, vorwärts, rückwärts, hier kann ich lenken, genau, auf Shift. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Ah, halt, 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 halt. Was mache ich denn hier? Ah, hier steht, ah, Step 1, Skin Color. Ah, hier steht, ah, Step 1, Skin Color. Keine Ahnung, ich nehme mal das hier. Das hat jetzt auch viel genutzt, äh, genutzt, ah, Hair. Was habe ich für Haare? Hier, die hier. Okay, weiter geht's. Augen, Augen, was habe ich für Augen? Äh, ich nehme mal die hier. So, oh, weiter. Nase. Penisnase, haha, na, ich war's. Ah, ich nehme das Erste. Irgendwie alles nicht so genau gezeichnet, aber trotzdem gut hingekriegt hier. Ich weiß ja nicht, was es hier gleich wird. Aber irgendwie wird am Ende wahrscheinlich mein Gesicht da stehen. Äh, was ist das hier? Ah, das ist Bart. Gar keiner. So. Nein! Ach, scheiße. Nee, kein Bock mehr. Äh, nächstes. Angry Glass Break. Mal gucken, was dat ist. No problem. Still easy. Richtig. Ah. So, der Mann hat schon einen Arm verloren. Kann schon. Ja, easy. Crap. So sieht's aus. Es ist alles crap. Ah. Mal Anlauf nehmen hier. Ach, komm. Scheiße. Vielleicht sollte ich nicht mit dem Kopf herrausspringen. Dann wäre das leicht tödlich hier. Nochmal. Ach, scheiße. Ja. Oh, das ist schwierig. Ja. Alter. Oh, nicht sterben, nicht sterben. Bitte nicht. Ui. Das ist ganz schön. Oh, anstrengend. Yes. Yes. Ho, ho, ho. Ja. Perfekt. Weiter geht's. Komm schon. Oh nein. Oh yeah. Oh yeah. Endlich mal ein Level abgeschlossen. Step Spike Fall. Spike Fall, Spike Fall. Was war Spike Fall denn nochmal? Ah, habe ich den richtigen genommen. ah verdammt noch mal es könnte klappen bitte 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 scheiße das ist aber nicht das ist auch nicht das auch nicht nein da muss ich ganz knapp rüberfahren okay das hat keinen sinn aber das war perfekt ach komm PewDiePie ist immer ganz unten das ist voll unfair noch mal nie müsste eigentlich gehen eigentlich ach scheiße vorhin war ich sogar weiter nein ich glaube nicht das war richtig knapp da an der mauer an der mauer an den zahnrädern meine ich bitte 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 okay wir versuchen anderen charakter erledigt nächstes ja wir machen von oben runter wait for screen black and white and white wave ah okay das ist sowas lol haha jetzt geht's euch das ist lustig jetzt geht's sieht ja das ist IC yap dat Leaning, Space Climb. Ah lol. Ok. Juhu, wir können an der Decke fahren. Yeah! Aber der Altoa bricht sich so lange auf die Arschknochen. Ah yeah. Das sieht böse aus. NASA Test Rocket Stop and Glitch. Ich will jetzt mal was Tolles. Ich will jetzt mal Pogo Stick mailen. Yeah! So, die Server haben mir gesagt, es funktioniert nicht. Ich habe das jetzt rausgeschnitten, weil das einfach ewig lang ging. Ich mache jetzt einfach Pogo Jump. Das ist bestimmt auch mit Pogo Stick man. Genau. Oh. Das konnte ich früher voll gut, aber irgendwie habe ich es voll verlernt, weil ich ewig nicht mehr gespielt habe, das Spiel. So, mein Handy sollte ich vielleicht noch auf Sturm stellen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gehört habt, aber es hat leider gerade vibriert. Ja, nice. Nice. Legendary. Ah. Ja. Awesome. Queen. The Band Queen meint der damit. Jimmy Henricks. Keine Ahnung. Congress. Also sehr schwer war das jetzt wirklich nicht. Habt ihr vielleicht auch einmal in der Stimme? gehört, die war ein bisschen gelangweilt. Ähm, wir spielen jetzt... Rainbow Trampolin. Das sieht lustig aus. mal gucken was da das ziel ist wahrscheinlich ist oben das ziel da ist immer noch nichts aber wir werden immer höher geschleudert und da geht es weiter ok naja war zwar ein bisschen langweilig aber hat er sich bestimmt ein bisschen mühe gegeben bisschen so 100 prozent nicht machbar ich muss da einfach vorbei das habe ich schon so weit geschafft ok das ist wirklich sehr schwer der hat mich geknöpft so nochmal hier ich muss den dingern irgendwie ausweichen ok das funktioniert auch nicht ach komm schon scheiße ich bin so konzentriert deswegen rede ich so wenig konzentriere mich hier ein bisschen morgen fängt er morgen sogar heute ist sonntag morgen fängt die schule wieder an je nachdem wann ihr den part hier zu sehen bekommt ich bin schon wieder tot ja ich freue mich natürlich sehr riesig komme jetzt nämlich in die zehnte klasse und ja prüfungen also real schule prüfungen dieses jahr wird sehr spaßig nicht ich glaube ihr würdet euch da auch nicht freuen je nachdem wer hier zugucken ah das ist schon eintönig hier aber ich schaffte es das ist ja richtig mies hier so die ganze zeit die selben gläser hintereinander muss ich immer anlauf nehmen boah jungen junge gib mir mal gas opa der kann wheelie fahren der kann wheelie fahren niemand von euch kann wheelie auf dem vorderrad und da gleichzeitig fahren niemand kann das so noch 3 gläser dann hab ich es alter schwede nochmal ich hab das glas verschoben und alter ist es hartes glas oh mein gott noch einen fuß habe ich oh mein ja schleichwerbung weg 15 minuten sind um genau jetzt 16 sekunden ich hatte spaß dabei ich hoffe ihr hat es auch beim zusehen und wir sehen uns beim nächsten video mit mir haut rein